Der 1. FC Köln konnte mit einem Kantersieg über Eintracht Braunschweig endlich den ersten Sieg in der aktuell laufenden Zweitliga-Saison einfahren und in diesem Video analysiere ich, wie ihnen das gelungen ist. Zunächst einmal hat das Pressing gut funktioniert, man hat gut Druck auf den Gegner bekommen, sieht man hier, war ein gutes Pressing-Schema wie gewohnt von Struber. Allerdings muss man hier auch sagen, wir können auch hier nochmal diese Szene betrachten, da fällt das 4-0 von Köln, dass Braunschweig es auch nicht wirklich gut gemacht hat. Die haben meistens in einem 4-2-Aufbau agiert und hatten da extrem große Abstände zwischen den Spielern, also sowohl in der Kette, aber auch zwischen den Ketten, zwischen der ersten und der zweiten Aufbaulinie. Und so ist es dann natürlich umso schwerer, die Pässe an den Mann zu bringen. Hier wird der Fehler bestraft, Jubicic erobert den Ball, spielt einen Doppelpass mit Lemperle und erzielt dann eben das 4-0. Aber für den Großteil des Spiels war ja Köln im Ballbesitz, man war klar spielbestimmend und die bessere Mannschaft hier hatte die bessere Spielanlage, das zeigt sich auch hier. Braunschweig hat verteidigt im gewohnten 5-3-2-System, wie sie es eigentlich immer spielen und dementsprechend hat sich der 6er-Martel meistens fallen lassen, um dann einen 3er-Aufbau zu bilden, um dann eben eine Überzahl gegen die zwei Anläufer von Braunschweig zu haben. Außerdem waren die Innenverteidiger dann deutlich breiter und hatten dann bessere Passwinkel, um progressive Pässe auf die vorderen Spieler zu spielen. Die Struktur der Kölner war dann meistens so, dass die Außenverteidiger wie gewohnt in der Breite standen, also ziemlich weit außen auf dem Feld. Im Zentrum hingegen hattest du dann Martel, wie gesagt, der sich fallen lassen hat als 6er. Davor dann Jubicic und Hussein Basic, die dann als so eine Art Doppel-6-Doppel-8 das Spiel meistens aufgezogen haben. Dann einen klaren 10er mit Mainer und vorne den Doppelsturm aus Downs und Lemperle, die meistens auch ziemlich eng beieinander standen. Die Struktur war dann meistens gleich, sieht man auch hier ganz gut, wieder der 3er-Aufbau, im Mittelfeld genau das gleiche und die zwei Spieler in der Breite. Und so hat man meistens eher ungefährlichen Ballbesitz gehabt, so dann das Spiel kontrolliert. Das spielte einem natürlich auch in die Karten, dass man über einen Standard relativ früh bzw. hier in der 26. Minute in Führung gegangen ist. Dann konntest du das Spiel eher mal ein bisschen verwalten, aber was ich gut fand, was sie immer wieder gut hinbekommen haben, waren dann diese Tempo-Verschärfungen, wodurch Braunschweig dann nicht mehr wirklich Zugriff bekommen hat und dann konnte man es meistens echt gut ausspielen und dementsprechend auch so hoch gewinnen. Die Szenen zu den Toren zeige ich hier. Wir haben einmal hier Mainer, der den Ball nach vorne trägt. Dann raus spielt auf Lemperle, der wieder zurück auf Mainer, der da wirklich komplett frei ist, weil das einfach so eine Aktion mit viel Tempo ist. Braunschweig kann das nicht wirklich verteidigen. Mainer behält dann den Überblick, spielt quer auf Jubicic, der dann einschiebt zum 2 zu 0. Aber das ist einem nicht nur durchs Zentrum gelungen, auch über den Flügel, wie hier beim 3 zu 0. Da bildet man ein gutes Dreieck mit Martell, mit Thielmann und ich glaube mit Jubicic. Der schickt dann eben Thielmann in die Tiefe, hat da ein bisschen Platz, bringt die Flanke dann perfekt auf die andere Seite, wo dann Lemperle einschieben kann zum 3 zu 0. Auch hier Braunschweig verteidigt das nicht sonderlich gut, sind da viel zu weit entfernt von den Gegenspielern. Das muss man hier natürlich auch sagen. Das war es auch soweit von der Analyse. Köln hat hier wirklich eine gute Leistung gezeigt, sowohl gegen den Ball als auch mit Ball. Wobei man halt sagen muss, Braunschweig hat weder mit noch gegen den Ball überzeugt. Deshalb war es auch ein leichtes für Köln. Aber man hat es dennoch gut gemacht, muss man auch mal loben. Dementsprechend der erste Sieg war jetzt enorm wichtig, auch mit so vielen Toren, mit verschiedenen Torschützen. Und darauf kann und muss man jetzt auch aufbauen, um dann eben in den folgenden Spielen daran anknüpfen zu können und bestmöglich um den Aufstieg mitzuspielen. Das soweit meine Analyse zum Spiel. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.